I have a little thing to Gonna be alright Keine Erdnuss, sehr gut Ich glaub auch sonst niemand Oder? Da kommt kein Namen mehr bekannt vor Oh ich bin Lastpick, ok Na gut Dann können wir auch ein paar countern können Ich würde ja auch Vikings auf der Map hier machen Aber riskant Weil? Weil das Hero League ist und nicht Team League Da steht doch einer im AFK auf der Lane rum Ja das ist ja blöde Man weiß nicht ob die es schaffen zu viert zu roamen Ja Hat einer noch ne Abrissbirne verlangt? Aschalanore Ich höre den Ruh Oder ist das das Funkelchen was wir abgezogen haben in der letzten Runde? Kau Dariel War auch nicht gut Ich höre den Ruh Tank muss nur einer von uns Oh War auch nicht T Po D Oder ich überlege Oder du machst Ming Okay Und ich mache einen Tank Okay Was meinst du? Ja Dieses Reich braucht nichts Bereits für den Kampf Das ist ein Malph, wer hätte das gedacht? Aber wir hatten ja ein recht frühes Funkelchen, ne? Dass er trotzdem Butcher nimmt. Hoffentlich ist das nicht so ein Funkelchen, dass er es auf Cool Dawn macht. Oh doch, das ist das Funkelchen, du hast recht. Sag ich doch, das ist der Bob, den wir letzte Runde rasiert haben. Der war auch Placement, der hätte auch das Oberbild. Und der war auch richtig schlecht, muss ich sagen. Auch so oft overextendet, konnte ich mit Varian easy anchargen und vernichten. Das funkelt hier, ne? Eigentlich müssten wir mit Tykes und Nasebo, ja zumindest mit Tykes einen Finisher haben. Ich mach auf jeden Fall nicht Blink. mal wieder wunderschönen. Everything... gonna be a ride. Denk dran wir sind nur zu viert, der Nasebob ist nicht dabei. Ich weiß nicht warum wir den nicht getötet haben, irgendwie fehlte der Schaden, weil ich hatte ihn gestunnt. Bam, Hammer ins Gesicht. So ist es. Ein Hammerkill. Ah, ich bin kein Finisher hier ne, ich bin jetzt Damage Dealer, mach ich hier. Ich muss grad sagen, Tiger ist immer top. Das ist natürlich auch ne Kombo ne. Der Hook into the Rootfeld. Ja. Ich glaub deswegen ist Malfe auch so gut, weil er sich mit einigen Kombo'n lässt ne, das Rootfeld. Ja. Und hier oben? Achtung, pass auf, kein Facecheck. Wenn einer Facecheck dann ich. Oh da kommt der Batscher. Ja. 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 Ja, ihr seid ja fast. Ja! Oh Scheiße, keine Mana. Jetzt haben wir ihn. Keine Mana. Gazlo und Nasobo haben hier ein episches Duell auf der Botlane. Wer gewinnt? Schwer zu sagen. Schlafen wir noch die Pflanze unten? Ja, wir müssen noch auf jeden Fall hin. Nice. Quick, quick, quick. Aber warum denn weg? Wir machen alle das so. Ich hol's mir mal, ne? Ja, mach das. Genau so muss es sein. Ihr pusht alle Bot, ich push top. Sodass wir ne dumme Entscheidung fällen müssen. So ihr seht. Boah, ich hatte den Gazlo fast gekehlt. Boah, funkel ich hin und alle hauen plötzlich ab, ohne Grund. Okay. Check ich nicht. Warum sind denn alle abgehauen? Volle Mana, volles alles und alle gehen. Alles gut, wir konnten uns in der einen XP vorteil dadurch haushauen. Was ihr auch ne Länge pusht habt. Warum nicht? Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin wieder gesund. Ja, ein Fight bevor die ziehen werden wäre ganz schön. Meine Zauber sind bereit. Bam. Oh, so. Die Nacht bricht in 30 Sekunden heran. Seid ihr von Heil, euch zu Hause. Wir haben über den zugeschlagen. Boah, he studies. Los geht's mal. Über dasiyah, ist es auch zu Hause. Ja, ich muss trotzdem. Da muss ich nur in der zu Hause kommen. Du musst nicht mehr schlafen. Dann mal los. Dann mal los. Schlacht! und erringt meine Zahmen zuh. Oho! Oho. Nein. Oho! 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 Ich weiß nicht mehr als Zahmen zuh. Das war's für heute. Das war's für heute. Schade. Erweckt mein ungeheueres Leben! Anscheinend habt ihr eine weitere Nacht überlebt. Erbaulich. Kein Ungeheuer lebt ewig. Ich bin unter den Hacken. Boah, da bin ich grad richtig gefailt ey. Ein Gasmo? Nee, ich bin gefailt, weil Stitches hat mich durch die Wall gehuckt. Und ich hab versucht über die Wall da zu blinken, aber das hat nicht geklappt. Das war bad. Und dann hatte ich die CD auf den Blink und bin fast gestorben. Das war bad. Das war bad. Das werdet ihr bereit. Ich bin gefressen worden. Ich bin gefressen worden. Oh, der Mann, schau mal da drin. Oh, Keef. Ach, Keef. Oh Gott, ihr Mule. Warum haben wir denn so wenig Damage? Warum haben wir denn so wenig Damage? Der Mann, was han mich für fünf Jahre alt? Erh, muss man festhalten? Der Mann, wut dauert. Der Mann, wut sei. Erh, was er. Erh, werdet ihr? Erh, was es war. Erh, werdet ihr? und der nächste gewungt du was tötet die Unkrautler und ergattert ihre Samen meine Zauber sind vermatt games 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 die Unkrautler erheben sich erschlägt sie und sammelt ihre Samen ich wusste wir schaffen ihr wartet und los geht gut dass der ein Special ist auch reichen wieder tja eigentlich schaffen wir die unten aufzuhalten bei der Pflanze und dieselbe zu machen aber warum kommen die denn nie mit alter warum nicht der hat bribe oder was wir brauchen dann nur noch 2 zum oder fiel ich da rein das ist egal oder hier ist einfach keiner was soll ich das die machen die Pflanze immer sehr spät da haben wir schon einmal auf da haben wir schon einmal auf ja ey was geht bei dem na nix das ist eine totale Box im Moment ist es vorbei aber ihr solltet euch nicht die Verlusten werden zurückkehren nur da euer Ungeheuer ist zum Leben erwacht kämpft weiter so erntet mit ihnen die Leichen eurer Gegner komm die sind noch nicht 16 du machst da Mitte oder Top Action wir pushen bot ich komm auch zu euch hier stehen mir zu viele Tower da ist los vielleicht sind wir schon eingeigelt in der Mitte da kann ich nix machen wo hab ich den hab ich den weggepürst Dings ist gegessen worden wer denn? achso ich war mal so frei ne ich mach gleich Core wenn ich disablen kann ich mach gleich ich mach gleich ich mach gleich ich mach gleich Auseinander soll ich hier gehen mit nem Gravi Bomb ne 15 Minuten Win Guck mal Malf Malf top lane bei uns oben das ist nur fair das ist nur fair so viele bobs im team gehabt dürfen wir auch mal gerne gegen leute spielen die bobs sind großartig du hast als assassine 61,3 prozent deiner spiele gewonnen